Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, wir werden heute hier an diesem System weiterarbeiten. Und zwar, das war jetzt keine gute Idee, egal. So, das stellen wir mal... Wo haben wir denn da Platz? Stellen wir das hier hin? Geht sich das schon aus? So, nun wieder alles wieder da rein. So, das war auch noch drin. Und das auch noch. Gut. Hier werden wir jetzt mal eine Kiste hermachen. Da machen wir sozusagen Sachen dann rein, die was wir unten in die Kiste eben sortiert haben wollen. Das heißt... So, machen wir das so... Äh, jetzt brauchen wir... So eine, genau. Äh, und dann brauchen wir noch eine normale... Stone. Haben wir die? Hier. Brauchen wir noch eine. Request. Gut. Und... Ja, da habe ich wieder neue, ähm... Quad-Uran-Zellen gemacht. Deswegen habe ich hier das Uran da noch drin. Genau. Und dann brauchen wir diese, ähm... noch so ein... Chassis. Vibe. Und zwar... die da hier. Genau, Logistik und Eisen drumherum. Die machen wir da unten rein. Ist er schon da? Ja, ist er schon. Gut. Dann... Brauchen wir ein... Ein Quicksort-Modul. Ähm... Blank-Modul. Okay. Ähm... Aber wie ist es so? Brauchen wir die nicht wieder unten holen? So... So war das, genau. Ein Blank-Modul. Dann... Dann brauchen wir... Ein Diamant-Zahnrad. Ähm... Oder ist es nochmal hier? Na... Ach, vier. Okay. Dann brauchen wir hier vier Diamanten. Eins, zwei, drei, vier. Was ist mit der Katze da draußen los? Ne, nicht die Truhe hier. So, und Holz brauchen wir auch noch. Ja. Einmal 50 Stück. Viele Diamanten sind auch schon da. Gut. So, machen wir was dickies. So, einmal. Mal schauen, ob wir hier noch Korbis drin haben. Ne. Müssen wir von unten holen. Da haben wir... 50 Stück. Müsst ja reichen. Zwei haben wir hier noch. Na. So, schon da. Machen wir das mal hier rein. So... Brauchen wir Eisen. Dann Gold. Und Diamant. Gut. Was brauchen wir noch? Äh... Lapis. Lapis. Haben wir kein Lapis mehr herum? Ne, das haben wir für den Labatron-Kristall für unsere Quantum-Hose da schon verbraucht. So, dann brauchen wir... Wo hab ich's denn? Hier. Bei 50 Stück. No. Das reicht schon. Ja, aber mein Rest auch gleich raus. 48, zwei Stück noch. Genau. Ne, die Truhe wollten wir nicht. So, das war dann glaube ich so, so. Dann hier war Redstone und außenrum war Labs. Ups. Genau. Und das kommt da hier rein. Äh, so. Gut. Das werden wir gleich mal austesten. Nehmen wir hier so einen Stock. Gucken wie viel wir da unten drin haben. 21 Stück. Mhm. Dann schauen wir mal runter. Ja. Gut. Hat funktioniert. Das werde ich dann bei allen anderen noch machen. Offline oder so. Aber wir werden uns jetzt mal um unsere Schuhe da... Um unsere nicht Schuhe, die Schuhe haben wir ja schon. Um unsere Hose da kümmern. Und zwar, da brauchen wir einen Pulverisierer. Ne, nicht da rein. Uh. Ne, das bringt uns ja noch nichts. Genau. Da brauchen wir so einen Pulverisierer. So. Den brauchen wir hier. Hm. Ähm. Flint. Kupfer. Aha. 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 Ne. So. So war das, glaube ich. Öh. Äh. Ne, umgekehrt. Hm. So. Da. Genau. Genau. Dann brauchen wir Bistern. Genau. Da brauchen wir Bistern. Da. Cobblestone. Glas. Glas. Glas haben wir hier. Wie war das nochmal? Okay. Gold. Und Eisen. Mal gleich mal noch ein bisschen Eisen holen lassen. 40 Stück. Ähm. Kupfer haben wir. Nö. Haben wir nicht. Kupfer brauchen wir. Ähm. Wo ist das? Wo ist das? Flint brauchen wir auch. Na, hier ist Kupfer. So. 50 Stück. Weg. Ja, genau. Gut. Ähm. Das war so. Okay. So. 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 Hier kommen zwei. Und da unten war Kupfer. Genau. Äh. Ja, damit können wir jetzt nicht viel machen. Was? Das machen wir da raus. Das können wir auch raus machen. Das auch. Na. Was war das drin? Ne. So. Machen wir den Rest mal runter. Und das hier rein. Na. So. Äh. Gold, nein. Kommt hier hin. Und das Uran haben wir hier. Genau. Module nehmen wir mit. So. Gut. Dann haben wir den hier. Wo werden wir denn hinstellen? Hier? Was braucht denn der eigentlich? Hm. Was braucht denn der eigentlich? Hm. Okay. Okay. Das müsste ja eigentlich mal was testen. So. Bumm. Passt da weiter rein. Ist mir jetzt egal. Mal. So. So. Und so. Vielleicht. Ach. Minute. Die braucht natürlich Strom. Dann werden wir gleich mal was testen. Und zwar brauchen wir dann. Äh. Ne. T. Und zwar. Sandstellen. Okay. Haben wir bestimmt noch da unten. Genau. Hier haben wir noch Sandstein. Das wird aber glaube ich nicht reichen. Nehmen wir hier nochmal Sand. Mal schauen, ob das funktioniert so wie ich das möchte. Gute Frage. Gute Frage. Was anderes testen? Ähm. Medium Electric? Ne. Der wird jetzt glaube ich auch nicht funktionieren. Ach. Die können wir mit dem auch nicht aufbauen. Ne. Das bist du ja eigentlich. Oder reicht das, wenn wir den einfach nur in den Strom schließen? Was sieht denn, wenn ich den abbaue? Das ist ja dann Knicks. So. Dann stellen wir den nochmal her. Dann stellen wir ihn hier hin. Schauen wir uns mal darunter. Machen wir da mal ein Cover rein. Vielleicht funktioniert das ja so. Nö. Auch nicht. Hm. Der ist jetzt gerade nicht die Minecraft oben. AdCraft. Den kann ich jetzt nicht fragen. Hm. Mh. 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 Was brauchen wir dort? Das Problem, dass wir den jetzt hier brauchen, sondern können wir da eben nicht ähm, weiter kräften. Ja, ich würde mal sagen, ich mache mal kurz eine Pause und wir sehen uns dann gleich nochmal. So, da bin ich wieder zurück und das war doch richtig, wie ich das vorher gebaut habe, nur, na, hier müssen wir noch ein bisschen warten, bis das eben rauf geht. Ja, jetzt haben wir schon zwei Stück eben, also da kommt sonst drin rein, dann kommt wieder Sand raus und nebenbei so alle zehn Blöcke kommt dann dieses Nita raus. So, jetzt werden wir mal nebenbei mal schauen, wie viel ähm, Schwarzpuffer hier wir haben, zehn Stück, fünf. Heißt, wir können mal zwei solche D&D machen. Und Sand brauchen wir auch eine Stack. So. Na, komm schon. Ein bisschen schneller hier. Mal schauen. Okay. So, 64. Ähm, wo bleibt unser Pulver? Da hier nichts reingeschrieben. Sand, Sand, ne. Ah, je, je. Zehn Stück. So, jetzt hat das aber. Kommt nochmal raus. Vier. Vier sind zu wenig. Fehlt noch eines. So. Zehn Stück. Was können wir zwei D&D mal machen? Ne, falsch. So, so. Und zweimal Sand. Genau, da haben wir schon mal zwei. Dann. Hier Sandstein. Brauchen wir noch. Das schmeißen wir da auch noch rein. Na. Wierst du. So geht das noch. So, schmeißen wir das wieder rein. Dann kriegen wir das raus. So, da haben wir schon zwei solche. Ähm, was brauchen wir da noch? So, Fuhr. Genau, da brauchen wir da ein Nether. Okay. Das haben wir hier unten. Genau, nehmen wir mal drei Stacks mit. Das können wir wieder da rein geben, wenn wir schon da unten sind. Kabel auch, Schalter auch. Brauchen wir da weil nicht. Nochmal da rein. So. Ehrlich da mal. Okay. Was brauchen wir noch? Cool. Was haben wir hier drin? Ach, das reicht. Das geht sich aus. Gut, dann nehmen wir das aber hier mal raus. Schmeißen das hier mal rein. Wir haben hier schon nebenbei weitermachen können. So. Ach, hier hat er noch eins rausgepackt. Wir haben von dem auch noch so vier Stück. Dann passt das. Genau. Dann haben wir das. Was brauchen wir eigentlich noch für unsere Schuhe? Ähm... Äh, nicht Schuhe für unsere... Genau, die Iridium-Platten. Iridium-Alli. Da brauchen wir... Ähm... Was war das jetzt? So, das heißt, zweimal Diamond Dust, Iridium. Genau. Das kriegen wir aus dem Ummeter. Und da brauchen wir dann... Vier... Acht... Acht Stück brauchen wir da. Genau, weil da brauchen wir zwei. So, dann schauen wir mal, da haben wir es hier. Na, lass mich da rauf. So, ich glaube, das war so. Genau. Ah, das geht sich eh nicht aus. Drei... Vier... Brauchen wir noch mehr. Fünf Stück haben wir jetzt. Und wir hier noch die Hälfte vom Stack. Müsste dann aber genügen. Fünf... Wenn man sagt, acht Stück brauchen wir. So. Sieben, acht. Das kommt dann in den Kompressor. Und dann brauchen wir noch... Mhm. Genau, dieses Mixed Metal Ingot. Da haben wir jetzt acht Stück. Das machen wir da weiter da rein. So. Äh, hier waren wir. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwo Bronze haben. Kupfer. Haben wir irgendwo, haben wir irgendwo... Oh, nö. 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 Haben wir nicht. Haben wir hier noch Kupfer. Und... Kupfer ist schon da. Und den ist gut. Gut. So, mach mir hier mal das Ding rein. Und hier das Kupfer. Mach hier mal ein bisschen, wie das dann rein können. So. Ähm. Dann Refinet. Bronze. Und den. Genau. Lass mal hier rein. Das heißt, wir brauchen vier für jeden. Vier ist acht. Wenn ich mir jetzt nichts verzählt habe. Ja, das passt schon. Sieben, acht Stück. Genau, das haben wir jetzt auch. Dann brauchen wir noch... Genau. Zwei Diamanten. Mal schauen, was hat der hier schon? Schönes. Ach, er ist eins. Na, prima. Na, das kann ja noch dauern. So. Hier sind auch die Diamanten. Äh, die müssen wir da reinschmeißen. Dann können wir hier schon dieses Iridium da machen. Und zwar das Iridium-Aloe-Ingot. So. War das so. Da mitten der Diamond Dust. Und außenrum da diese Iridium-Ingot. Genau. Zwei Stück. Rein. Den Dicke auch reinmachen. Ja, gut. Das war's dann wieder mit der Folge. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.